Ich sitze hier mit Verena Schäffer. Verena Schäffer ist jetzt das jüngste Mitglied der Landesliste für die kommende Landtagswahl. Mit 23 Jahren bist du gewählt worden. Du hast vor Sprecherin der grünen Jugend einen erwähnt. Was hast du denn vor, wenn du jetzt in den Landtag einziehen wirst, tatsächlich auch an junger Politik im Landtag zu machen? Ja, also mir ist es erst mal wichtig, überhaupt ein Sprachrohr auch für Jüngere zu sein. Also unsere jüngste Landtagsabgeordnete ist, glaube ich, derzeit nur in Kadjuka mit 46 Jahren. Und ich finde es wichtig, dass man eben auch gerade junge Menschen im Landtag vertritt und für mich eben gerade junge Frauen, also eben auch Frauenpolitik machen im Landtag.